Ich bin im Ninja Garten bei Benni und Aline, mit dabei Larry Caselli, Alexander Wurm, Benni und da hinten versteckt Aline. Wir senden halt ordentlich. Das ist die Ninja-Sessin. Das ist die Ninja-Sessin. Let's go. Tschüss. Bei Benni und Aline zu Besuch. Ich will das erste Mal hier im Megawall. Juhu, sehr stark. Reni, möchtest du dazu noch was sagen? Alle gut gemacht. Alle gut gemacht, okay. Let's go Reni. Alle. Alle. One best time. Autsch. 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 Mara Ninja zeigt euch wie das geht. Let's go Rolf. Jód Account. Autsch. Auf geht's. Gut. Let's go Rolf. 1, 2, 3 Nice! Ja! Viel zu einfach! Der ist auch schwer Let's go! Let's go! Locker! Maschine! Richtig! Larry! Let's go Alex! Hoppa! Hoppa! Come on Larry! Fokus! Fokus! Yes! Nice! Geht schon! Äh, darf ich runter? Dissqualifiziert! Best side for Benny! Let's go! Ja! Ja! First try! Come on! First try! Yes! Und 1 2 Turn! Zieh hoch! Zieh hoch! Der ist gut! Weiter! Come on! Schade! Mega schade! Challenge! Die Leiste rückwärts fangen und dann direkt verlängern auf die andere! Yes! So! Schön! Juhu! Juhu Larry! Nice! Krass! Nur Maschinen hier sehen! Juhu! Juhu! Mann ey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der war ganz scheiße! Nein! Fuck! Ich brauch's nicht hoch! Noch irgendwie! We rise... We rise by lifting others! Ach, das ist das nämlich! Ja! Schon vorher gesagt, ne? Ach, scheiße! Der Endebogen! Kurz zur Ablenkung! Falls viel nicht funktioniert! Oh! Komm! Einmal komm mit! Einmal kurz... kurz pisst, wer das Benny geschafft tut! Mann ey! Wie geht das? Sonst hat er denn das heute nicht geschafft! Aber es will! Scheiße! Komm, wir gehen an die Stange jetzt! Geht an die Stange! Ah krass! Ach so! Ach so! Ach so, ja! Ja, ich glaub deine Arme sind zu kurz! Ich hätte festhalten müssen! Ja! Das ist der Größenvorteil vom Alex! Muss man festhalten? Ja! Da kannst du aber versuchen nicht zu sitzen! Aber man muss festhalten! Guck mal! Was für ein Jerry! Soll ich mir das eigenes gehen? Ja! Mach Larry! Let's go! Ja! Das ist der Umfeld mit deinem Ellbogen, ja! Ja! Los Dennis! Hey! Nice! Hey! Mega solide! Juhu! Hey! Das geht nicht! Schön! Tschüss! So, aber beide gleichzeit! Ich frage nur 10! Ach so! Komm! Schwieriger! Schwieriger! Oh! Oh! Yes! Yes, Sir! Let's go! Oh! Genau jetzt, wo es auf Video ist! Das muss leider ich den First Try auf Video machen! Ja! Oh! Oh! Das war nice! Alle, Benni! Zack! Schon geklatscht! Viel zu easy für diesen Simon Bonner! Ja! Wo ist der? Au! Der war close! Der Boulder Boy! Ja! Zieht! Ja, sie... Ehm! Der der Pettypen! Yess! Ich verstehe! Kein Roten! Geh dem Milch! Locker! Aber ich weiß, dass Benni seine 2cm Leistung gar nicht halten kann. Komm, gib alles. Deine Chance für eine Challenge, die noch niemand aus der Alex nie geschafft hat. Aber auch noch kein anderer probiert hat. Muss ich wieder dran springen? Oder sagen wir es so, jeder der es probiert hat es bisher geschafft. Stimmt, stimmt. So, jetzt kaum rennen, mach die. Die standen ein bisschen weit näher, die Forms. Die springt ja nicht. Ziehst du? Jawoll! Ich war so drüber gewesen. Ja, sehr gut. Come on! Da ist er! No! Zum Abschluss eine Challenge über dem Wasser. Der Opa muss wieder als erstes. Immer wenn es gut ist, dann mal aufnehmen. Also wenn ich den jetzt mache, mach... Alle, Bro. Ganz locker. Gar kein Problem. Super stark. Lade ist eh nicht. Er hat auch mit Bizeps gemacht. Ja! Komm mal, zieh! Ja! 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 Was ist los? Ja! Ja! Was ist los? Ja! So einfach. Stark! Schön! Sweet! Ja! Knapp! Die Knapp! Alle, Digga! Komm! Hol sie dir denn. Zieh durch. Halt fest. Halt fest! Ja, Junge! Komm! Mach's jetzt! Komm! Halt fest! Alle! Yes! Come on! Und mit Gas. Jetzt ballert! Ja! Ja! Wir sind bei Benni und Aline im Garten und machen eine fette Ninser-Ninser-Ninser-Ninser-Ninser-Ninser!